Okay, der Mammoth ist repariert. Ein Deal ist ein Deal. Dann gehen wir mal zum Verpackungsbezirk. Dort wimmelt es immer von Ukons Schlägern. Wenn man wissen will, was er vorhat, ist das der erste Ort, an dem man nachsieht. Das Lagerhaus da vorne. Dort habe ich Ukon vor einer Woche gesehen. Mit irgendwelcher Scheiße beschäftigt. Dann lass uns mal an diese Tür klopfen. Und ich habe kein Geschenk für ihn. Ich bin hier. Vorwärts! Bin ganz ohr. Befehle? Sanitäter steht bereit. Die Rücken vor! Macht, was ihr immer macht. Locust gesichtet. Feuer frei! An die Arbeit! Bleibe in Alarmbereitschaft. Aha. Einer erledigt! Bestätigt! Verdammt! Verdammt! Da nehmt! Hey. Kein Problem. Warte auf Befehle. Scheiße, ohne Ende. Munition geht aus. Halt der Ausschau. Dann los. Kaum noch Munition! Der Nächste, bitte! Ich halte sie auf. Bereit. Alle bereit machen für Maden! Konterfreund! Magazin ist völlig leer. Alles klar. Los jetzt. Hey. Und jetzt? Kein Problem. Ja. Ohne Vorbehalt. Ohne Vorbehalt. Befehle? Werfe Granate! Feind am Boden. Bin dran. Ja. Zeit zum Nachladen. Die Rücken vor! Waffen bereit? Ziele erledigt. Aha. Bin dran. Ja. Hab sie! Scheiße, ja. Hörer klar und deutlich. Marder erledigt. Brücke vor auf Position. Cups. Verstanden. Habe alles im Blick. Luggest Aktivität. Schöpfe. Geh. Befestigt. Showtime, Leute! Ich höre zu. Ja, ich bin dran. Verflucht! Das Van-Wrack ist mir im Weg. Schaltet die Locust aus, damit wir es bewegen können. Mhm. Mhm. Na gut. Na gut. Okay. Auf dem Weg. Ich habe das Ziel verfehlt. Lade nach! Yep. Ich bin dran. Jep. Bereit machen für den Angriff! Scheiße, ich bin dran! Jep. Bereit machen für den Angriff! Machen wir ernst! Machen wir ernst! Ende Gelände! Zurück in dein Loch! Schussfeld festgelegt! Schussfeld festgelegt! Kein Problem. Ich bin hier. Kaum noch Munition! Nur noch einer! Gute Arbeit! Was? Ja? Aha! Alles im Griff! Verstanden! Warten auf den Vorwarsch! Nette Versuch, Arschloch! Ziehen wir den Scheiß durch! Bin unterwegs! Die Munition geht aus! Pass auf, wo du hin zählst! Dann los! Das war's! Schieb den Van aus dem Weg, damit wir weiter können! Ja, ich bin dran! Ich höre! Achso! Da kommen sie! Bereit für die Konfrontation! Ich höre! Gut, dass sie die Handbremse nicht angezogen haben! Los! Das Lagerhaus ist da vorn! Melde mich zum Dienst! Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Gebe uns Deckung! Ich höre zu! Auf dem Weg! Schussfeld festgelegt! Kommt nur her, ihr Wichser! Da ist ein Scharfschütze im Spiel! Schaltet ihn schnell aus oder er nagelt uns fest! Alles klar! Wir sind dran! Wechsle die Position! Hab hier einen guten Überblick! Geht klar! Speer meldet sich! Habe verstanden! Bin dran! Ich bin hier! Schaden auf dem Vormarsch! Schaden auf dem Vormarsch! Kommt davon! Hab mich schon drauf gefreut! Okay. Bin unterwegs. Ich seh Ucon nicht, aber seinen Emulsionsvorrat schon. Wir können ihn nicht töten, aber wenigstens ärgern. Platziert ne Ladung an den Benzintanks. Bin ganz ohr. Keine Munition. Zeit zum Nachladen. Made verfehlt. Halte Ausschau. Verstanden. Schauen wir es. Uh-huh. Bereit machen. Überraschung, Arschloch. Alles klar. Wir sind dran. Bist du bereit für das? Aufgespießt. Du oder ich, Arschloch? Bin auf dem Weg dorthin. Vorschläge? Also dann. Späer hier. Geht klar. Unter. Bin ganz ohr. Ich muss nachladen. Lade nach. Hier. Alter Ausschau. Achtung! Lauf jetzt voraus! Flech die Idee, Made. Jetzt wird getötet. Warte ab. Heute ist nicht dein Tag. Und bleib bloß lieb. Die Party ist vorbei, Made. Zurück in dein Loch. Ich rück aus. Nimm die Munition aus! Alles im Griff. Speer meldet sich. Dachte ich's mehr. Gut. Scharfschütze ist erledigt. Aha. Okay. Aha. Hier sind wir fertig. Bedrohung neutralisiert. Ich glaube, wir sind sicher. Ihr Faschisten könnt kämpfen. Das muss ich euch lassen. Danke. Ist das erste, was wir in der Faschistenschule lernen. Findest du es lustig, was für Scheiße Dekor treibt? Wie sie die Welt abfackelt. Nein. Aber komm wegen unserer Uniform nicht auf falsche Gedanken. In Ordnung. Oh. Das wird Ukon nicht gefallen. Es gibt keinen Grund noch zu bleiben. Gehen wir zurück. Und jetzt? Aha. Okay. Hey. Na komm. Ich bin bereit. Ich bin bereit für dich. Das war reine, raffinierte Emulsion. Bei diesen Tanks könnte man Raketen ins All schießen. Oder ein Wahnsinnsmonstrum antreiben. Glaubt mir. Wir haben bei Ukon nur die Oberfläche angekratzt. Wir haben bei Ukon nur die Oberfläche angekratzt. Gehen wir mal! Gack! Hab einen! Verstanden. Werfegranate! Eine tote Made. Ich halte die Augen offen. Ja? Rücke aus! Kiste gesichert! Hast sie im Visier! Du hast sie erwischt! Machen wir uns auf die Socken! Abschuss bestätigt! Aha! Haben noch Munition! Geschieht dir recht! Aha! Werfegranate! Hack dich! Was? Abschuss bestätigt! Munition geht aus! Muss nachladen! Hab dich erledigt! Bin unterwegs! Ziel in Sichtweite! Bereit machen für den Angriff! Bereit machen für den Angriff! Befehle? Und jetzt? Ja! Bereit! Auf dem Weg! Hey! Komm doch, Maden! Jetzt wird getötet! Tja! Tja! Ukon haben wir zwar nicht gefunden, aber wir haben ihm einen Denkzettel hinterlassen! Es muss Wochen gedauert haben, die Emulsion zu sammeln! Ich muss zugeben, es hat sich gut angefühlt, es diesem Arschloch zu zeigen, anstatt wegzurennen! Einen Ort gibt's noch, wo er sein könnte! Ich komme aus! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020